Hallo, hier ist Heike von papier-kult.de. Ich freue mich, dass du wieder zu meinem Kanal gefunden hast. Heute geht es in diesem Video um Scrapbooking. Ich gestalte ein Layout, also eine Fotoseite nach einem festen Sketch für einen Blockhop einer internationalen Scrapbook-Gruppe. Das ist ein Prozessvideo, das heißt, ich werde das nicht kommentieren. Das ist mit Musik unterlegt und es ist ein bisschen ein Zeitraffer, weil es sonst einfach viel zu lange dauern würde, das Video. Aber ich hoffe, du kannst trotzdem gut erkennen, wie so ein Layout entsteht. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du mich gerne natürlich kontaktieren. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.